Ihr versteht schon so viel Spanisch, dass ihr wisst, wo es lang geht. Aber das ist wirklich das Ding. Ich werde gefragt, wir könnten überall auftreten. Es ist so fantastisch, es ist hier eine kleine Sklave im Val Gran Ré, in dieser kleinen Piano-Bar. Was hier passiert, kannst du nicht zwischen München und Berlin so einfach sehen. Und wir haben ein Programm und das Programm geht weiter bis zum 20. Juni. Wow! Und jetzt geht's weiter. Also, das ist der Thema. Und jetzt werden wir sehen, ob die Leute sich vorbereiten und noch etwas mehr. Also, Arturo, Cana, Maria, Maria Melilla, Ignacio Fauli. De verdad, son artistas que pueden actuar en cualquier sitio, pero estamos aquí en Valgría, estamos curiosos, está en este pueblo, en esta isla de Gomera. Porque queremos ganar con la música, con el clima y con la paz. Que la Gomera sea siempre un sitio, que la Gomera sea siempre un sitio, fantástico, relajado. Por eso viene la gente a buscarlos. Muchas, muchas gracias. Ahora vamos a seguir. Aplausos. 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 Vielen Dank.